So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück, ja, beim verschneiten Sons of the Forest. Ich grüße euch, ja. So, und ich hab schon ein bisschen Holz von oben noch runtergeschickt, weil der Kevin, der hat ja die ganze letzte Folge, hat ja oben fleißig Holz gehackt, Leute. Und so können wir jetzt schön hier weiterbauen. Das find ich super, da bin ich voll dafür. Jetzt musst du nur gucken, wie ich das hinkriege. Weil ich muss jetzt gleich die ganze Zeit auf dem blöden Dach rumtanzen, weißt du? Weil, wir wollen ja endlich zukriegen, oder? Und, äh, wir wollen ja endlich dauerhaft umziehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm, ja. So, zack, dann, äh, ja, los geht's, oder? Alter, wat ein Schietwetter, ne? Furchtbar, richtig schlimm. So, und, äh, zack. Jawohl, nice. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir das Dach eindecken hier im Hauptgebäude, bevor wir irgendwas anderes machen. Das ist zumindest mal der Plan. Einfach mal schön das Dach eindecken. Ja. So, zack. So, zack. Und, weiß eigentlich jemand, ob es Schildkröten, äh, ob es die auch im Winter gibt? Weil, ähm, ich hab mich mal so kurz zwischendurch aufgemacht. Mal gucken, weil eigentlich soll hier ja gar nicht weit, jetzt haben wir wieder so ein Loch im Dach. Warum? Warum ist denn da ein Loch? Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Oder liegt das daran, weil man da unbedingt Querbalken braucht? Weil da normalerweise der Querbalken zumachen würde. Oder wie ist das? Ich glaube, ne, könnte es sein, oder? Ich, ich denke, dass es das ist. Ich glaube, wir müssen da Querbalken einsetzen. Sonst hat man, glaube ich, immer... Ne. Äh? Das haben wir ja trotzdem. Ach, nö, oder nicht schon wieder so ein blöder Spalt. Ich hab ja den alten noch nicht repariert in der alten Hütte. Weißt du? Ey, das macht mich jetzt schon wieder fuchsig. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Warte mal. So, wenn wir das jetzt hier einsetzen, ne? Ist es dann dicht oder nicht? Ja, nee. Hä, warum haben wir den jetzt schon wieder... Ey, ich kotze gleich. Warum haben wir denn hier so einen Kackspalt? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich bin irre. Ehrlich, ich will nicht... Boah. Ich hab noch nicht mal den alten repariert. An was liegt das denn? Ah, jetzt ist zu. Ich hab nix gesagt. Vielleicht ist das doch, weil man... Wenn man irgendwie den Balken zwischendrin nicht drin hat, dass der das dann halt irgendwie doof hinsetzt. Oh, ich weiß es nicht. Oh, jetzt wollte ich schon meckern. Weißt du? So, erstmal... Nee, hier genau. Zack und zack. Nice. So. Lala, Gott sei Dank. Ey, das hätt mich richtig... Das hätt mich richtig angekotzt jetzt, Leute. Ehrlich, das hätt mich so richtig, richtig angekotzt. Wann, die ist hier irgendwo gut. Hä? Wahrscheinlich vom Hinternstapel, ne? Ja, sehr gut, Leute. Ey, ich hab schon gedacht. Wir haben jetzt da wieder so einen blöden Spalt drin. Und ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Oder wie man zugriecht oder so. Wo rollt denn der die? Ach, hinten. Okay. Auch komisch, oder? Steht vom vorderen Stapel. Aber und die hinten raus, weißt du? So, zack, zack. Sehr schön. Nice, nice. Uh. Äh. Äh. So. So, Leute, habt ihr schon Wild West Dynasty angeguckt? Also, wie gesagt, mir wäre es sehr, sehr wichtig, weil ich würde gerne noch ein weiteres Survival-Spiel zocken. Ähm. Warte mal kurz. Und mir wäre aber wichtig, zu wissen, wie es euch gefällt, Leute. Deswegen, bitte mal Wild West Dynasty noch angucken, weil wir werden ja auch irgendwann mit Sons of the Forest fertig sein. Und dann wäre es halt cool, wenn ich eure Meinung hätte, äh, was ihr dann, äh, gerne weiterzocken würdet. Was ist denn jetzt hier wieder los für ein Kack? Hat das geklappt? Ja. Okay, hat geklappt. Dann ist gut. Da habe ich nichts gesagt. Sehr gut. Dacht schon. Oh Gott. Nee, das ist zu gut. Da können wir nicht direkt runterhüpfen. So. Und da wäre es einfach wichtig, ja, eure Meinung zu wissen. Weil ich hatte ja auch das Occupy Mars gezockt. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt, ne? So die erste Folge. Ähm. Ja. Und da wäre halt cool zu wissen, auf was ihr mehr Bock hätte. Entweder auf, äh, ja, Wild West Dynasty. Oder, äh, Object Prime Mars. Ja, also das eine ist, so, Survival Wild West, ne? Das andere ist Survival Weltraum, Leute. Ne? So, warte mal kurz. Ja, genau. Sehr schön. Nice. Weil, wie gesagt, wir müssen ja dran denken. Irgendwann ist hier auch mal Feierabend, ne? Also man kann auch nicht unendlich Häuser bauen, weißt du? Also irgendwann, ja, müssen wir halt dann zum Ende kommen von dem Ganzen. Und, äh, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, mit Sicherheit. Weil, es macht halt echt mega Laune. Es macht mega Spaß. Mist, ich wollte da keinen Boden reinmachen. Ach, kacke. So, zack. Na gut. Dann gehen wir wieder. Von innen können wir das eigentlich nicht machen, oder? Bis oben, oder? Das wird wahrscheinlich, äh, alles zu hoch sein, denke ich mal. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir kommen eh nicht durch grad. Okay, alles klar. So, jetzt zacki. Ja, und nochmal zacki. Sehr schön, nice. La, la, la. So, die Ursula räumt schon auf, Leute. Die räumt schon auf. Ich bin grad auch am überlegen, ob wir der nicht einfach die Schrotflinte geben. Weißt du? So, das können wir eigentlich noch schnell machen, oder? Dann kriegt die mal wieder die Schrotflinte. Aber, der Telsen hat ja geschrieben, ja? Nehmt seine Ursula, ist jetzt schon ganz lang mit ihm beleidigt, ja? Und er kommt nicht mehr an seine Schrotflinte. Da hab ich eigentlich auch keinen Bock drauf, weißt du? Da hab ich eigentlich auch keine Lust drauf. Nein. Nicht so. So machen. Nein, nicht so. So machen. Junge. Was ist denn jetzt wieder los? Hä? Sollen wir ihn rausnehmen? Aber das bringt auch nichts, oder? Jetzt guck doch mal. Da ist wieder... Ich wette mit dir. Wir kriegen jetzt wieder diesen blöden Spalt. Äh? Nein! Das ist aber bescheuert. Warte mal kurz. Vielleicht probier's mal von oben. Ey, guckt euch das an. Wir kriegen wieder diesen blöden Kackspalt. Ich weiß es jetzt schon. Ehrlich? 100 Prozent, oder? Ich seh das doch schon. Ich fühl das doch schon. Ich riech das doch schon. Da kommt dieser Spalt, Leute. Ernsthaft jetzt. So. Kevin hab ich vorhin auch nochmal schön Holz hacken lassen. Uh. Ne. Also jetzt wird's langsam richtig bescheuert. Achso, das ist wieder ein Boden gewesen. Okay. Ne, das wollte ich nicht. Boah, das macht mich irre. Leute, guck, ich hab's gewusst. Ich, das, das Spiel verarscht mich doch, oder? Ey, jetzt mal ehrlich. Was ist denn das? Nichts wirklich daran, dass man den Balken nicht drin hat? Kann das sein? Echt? Warte mal. Ah. Nervt mich das. Boah, ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Wir machen jetzt mal bis rüber Balken rein, schnell. In der Hoffnung, dass das dann nicht mehr passiert, oder? La, 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 la. La, 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 la. So. Äh, 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 äh. Warte mal. So, und dann kommt hier auch noch eine rein. Und dann hoffe ich mal, dass sich das mit dem Spalt jetzt erledigt hat. Dann kommen halt hier die Balken rein und gut ist. Eigentlich wollte ich es nicht machen, weil sie nicht nötig, ja, ein bisschen materialsparend auch, ne, ökologisch unterwegs, weißt du? Einfach mal einen Baum weniger fällen müssen für sowas. Aber das Spiel scheißt auf Ökologie. Das Spiel sagt, mach deine Balken rein, weißt du? Sonst mach ich dir, äh, Spalt. Das siehst du mal, ja? La, la, la. So. Nee, also wie gesagt, Leute, guckt euch bitte mal noch, äh, äh, Wild West Dynasty an. Das wär wichtig. Und schreibt mir bitte drunter, ob ihr das gut findet. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja irgendwann auch mal Nachfolger, ne? Und es macht echt so Laune, grad mit euch zu zocken, eure Kommentare immer zu lesen, ähm, dass ich gerne halt auch ein weiteres Survival-Game noch hätte. Ja, jetzt hat sich beinahe wieder ein böses Wort gesagt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Leute, was ist das denn immer? Jetzt geht's. Jetzt hab ich nix gesagt. Alles gut. So, nimm das wieder auf. Zack. So, sehr schön. Und da ran. Nice, 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 Leute. Nicey, nice. So, die eine Seite vom Dach, ne? Haben wir fast schon. Also, lang dauert's nicht mehr. Wenn wir jetzt nicht diesen blöden Schnee hätten, damit man die weißen Pfeile besser sieht, ja? Hallo? Na, ihr zwei? Alles gut bei euch? Das ist ja schön. Das freut mich aber. Oh, fuck. Na toll. Und wiederum. So, aber wir haben bald ein Dach über dem Hauptgebäude. Alter, die geht so ab. Ne? Die geht so ab. Hm. So, warte mal. Zacki. Nacken. Komm, jetzt kriegt die noch schnell die Schrotflinte, oder? Ich hoffe, wir kriegen die halt wieder. Achso, die ist mittlerweile wieder, wir sind wieder Buddies. Ja, also die hatten uns vorhin auch schon irgendwelche Geschenke gebracht. Ja? So. Hey, Ursula, pass mal auf. Ich hab hier was für dich. Hier. Viel Spaß, ja? Und kümmere dich um alles. Dankeschön. Weil, dann können wir mal in Ruhe bauen. Weißt du, Ursula? Dann können wir einfach mal ganz in Ruhe bauen. So. Was ich sehr gut finde. So, und ich hoffe, die räumt jetzt einfach den Strand immer auf. Ja? Wird die wohl da bleiben und nicht wieder wegrennen. So, die gute. Weißt du? So. Lalalalalala. Lalalala. Ich hab grad gedacht, was ist denn das? Aber das sind Löwen, die da lang pacen. Das sieht aber so komisch aus. Äh, vor dem weißen Hintergrund sah das grad merkwürdig aus. Als würde da irgendwas komisches, mysteriöses am Strand irgendwie lang rennen. Ja, ich... Das gibt es nicht. Leute, guckt euch das an. Alter, ich habe doch jetzt aber... Da ist doch ein Balken drin. Was will denn der noch mehr? So, wann jetzt? Geht's jetzt? Nee, das gibt wieder... Ich wette, das gibt wieder einen Spalt. Sag mal, das Spiel will mich doch verarschen, oder? Warum? Leute, wenn dafür einer jetzt mal eine Erklärung hat, dann wäre ich sehr dankbar. Haut die in die Kommentare. Warum ist das so? Was soll die Scheiße? Weißt du? Ich will da keinen dummen Spalt drin haben. Das macht mich irre. Das ist doch... Das ist doch ein Witz. Ernsthaft? Ich kann doch jetzt nicht wieder alles rausnehmen. Nur wegen dem blöden Spalt. Sollen wir vielleicht mal oben erst machen? So. Und mal so. Und so. Aha. Ich glaube, das ist das Rätsel. Lösung kann das sein? Nö, ist es nicht. Wat'n Scheiß. Kotzt mich das an. Guckt... Warum? Erklärt's mir. Ey, das Spiel, das mobbt mich, Leute. Das Spiel mobbt mich doch. Das ist doch scheiße. Weg mit dem Dreck. So, jetzt hab ich schon wieder einen Hals. Weißt du? Jetzt krieg ich schon wieder ein zu viel. So. Alles guter jetzt von dem Dach. Echt, das muss hier alles weg. So, zack. 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 Ja. Ja, weg damit. So, zack. Und zack. So. Und jetzt probieren wir es mal so. Vielleicht, wenn wir hier... So, und jetzt von hier nach unten. Mann, ich krieg einen zu viel. Ehrlich. So. Ja, die halben holen wir auch noch. Die werden nicht vergeudet. Ja? Äh, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ob ich Bock hab, da runter zu rennen. Schauen wir mal. So, pass mal auf. Jetzt stell mich mal da hin. Jetzt mach ich den Balken erstmal wieder rein. Weil wir haben jetzt überall Balken drin. Äh, das heißt, wir brauchen die auch da wieder. Sonst würde es von innen kacke aussehen. Wenn ich schwöre, mein Gott. Wenn das jetzt wieder... Das, guck dir das an. Das ist doch schon wieder viel zu breit für eins. 100% ist gleich wieder dieser Spalter. Das gibt es nicht. Was hab ich denn dem Spiel getan, Leute? Ehrlich? Boah, das quält mich richtig. Weißt du? Zack. Guck. Achtung. Da ist er. Ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann. Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht warum. Boah. Leute, wenn da jemand eine Erklärung für hat. Bitte. Tut mir einen Gefallen. Vielleicht hab ich es ja schon rausgefunden. Warum? Weshalb? Wieso? Und hatte das gleiche Problem. Ey, dann haut's mir gerne in die Kommentare. Weil das kotzt mich so richtig an. Und mich hält halt sowas auch immer ewig auf. Weil ich kann's halt einfach nicht sehen. Das ist das Problem. Ja? Ich kann's einfach nicht sehen. Ich... Sind mir schon beim Alpenhaus sehr, sehr schwer gefallen. Nein! Das so zu lassen. Und ich wollte es ja auch immer reparieren. Der... Ich... Kein... Ich... Leute. Wir würden jetzt eine ganze Folge noch an dem Scheißspalt rummachen. Aber es würde, glaube ich, besser werden. Ja? Also deswegen... Komm... Geht's erstmal weiter. Kotzt mich das an, Leute. Ehrlich. Warum ist das so? Sollen wir es mal von ganz oben nach unten probieren, vielleicht? So... Das bringt auch nix. Oh Gott! Oh je! Das war... Ja. Das war ein toller Sprung, Leute. Das war ein Megasprung. Hoho. So. Ich glaube, das bringt nix. Boah, dieser Spalt. Ach man! Das ist doch scheiße! Entschuldigung. Das ist doch Scheibenkleister! Ja? Das ist doch Scheibenkleister! Alter, finde... Das ist auch Scheibenkleister! Ey, manchmal, ehrlich. So, jetzt, warte mal. Jetzt geht doch an. Wat ist denn dat? So, das ist jetzt gut. Da passt's. Aber das hier, Leute... Ey, das kann man doch nicht so lassen, oder? Aber was soll ich machen? Ihr seht's ja. Ich hab tausendmal jetzt abgebaut, angebaut, abgebaut, angebaut. Ich hab den scheiß Balken innen gesetzt. Ich hab den Balken weg. Ich weiß einfach nicht, woran's liegt. Mann, das nervt, Leute. Das nervt wie Sau, echt. So, da war auch noch ein bisschen Holz drin. Sehr schön. Weiter geht's. La la la. La la la. So, zack. Zur Not müssen wir halt noch ein bisschen was runterschicken an Holz. Ja? So, aber... Boah, kotzt mich das an. Das weiß ich jetzt schon. Also, wie gesagt, mich hat das beim alten Haus schon irre gestört. Und da hab ich's leider nie gefixt, ne? Aber diesmal, bei dem Haus, will ich's auf jeden Fall gefixt haben. Und wenn ich da... Ewig rumprobiere, außerhalb der Aufnahme... Ey, bis dieser blöde Spalt weg ist. Echt. Echt. So ein Kack. Warum? Echt? So, zack. Sehr schön, nice. Uah, bleibt doch. Ja, dann flieg weg. Ist mir egal. So, komm, da können wir eigentlich auch so machen. Ja. Wir brauchen halt nur... Zack, äh, zack und zack. Sehr schön. Äh, wir brauchen eigentlich nur einen Ausgang aufs Dach. Den können wir ja vorne lassen. Das ist ja eigentlich ganz gut, oder? Das ist ja gut aufgehoben, der Ausgang. So. Und alles andere können wir erstmal dicht machen. Warum? Alles andere machen wir erstmal zu. So, sehr schön, sehr schön. Ey, das wird so ein geiles Teil. Ehrlich. Das wird richtig cool. So, ja. Dann die Zacken noch. Genau, den hier. Und ja, den hier. Sehr schön. La, 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 la. So, und jetzt hätte ich gerne aber... Ja, genau da. Oh je. Das war vielleicht doch doof, ne? Gibt man oben doch noch auflassen können. Dann, äh, ja. Oh, die Bretter da vorne müssen auch noch unbedingt gedreht werden, dass die alle in die gleiche Richtung gucken. Das ist wichtig. Hier, die guckt. Weil die sind ja alle von links nach... Also, ne? Hier. Oh, Entschuldigung. Auge juckt grad. So, da gehen sie längs, ne? Und da gehen sie in eine andere Richtung. Das geht gar nicht, Leute. So, was macht die Ursula? Die räumt auf. Oder? Ja, das wird schon klappen. Das krieg ich schon hin. Ich hab andere Probleme. Ja? Ich hab einen Spalt, Leute. Ja? Und ich krieg den nicht weg. Es kotzt... Oh. Es kotzt mich an. So, zack. Ja, und dann müssen wir halt irgendwie noch hinkriegen. Äh, dass die Ursula und der Kevin auch hier rüber können, ne? Das, äh... Ja, super. So, ja. Na, ganz schön gefährlich am Bau, ne, Leute? Oh, da ist auch noch eins drin. Alles klar. La, 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 la. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ganz schön gefährlich am Bau, Freunde. So. Ursula, du machst das, ne? Ich verlasse mich auf dich. Muss ich mich nicht kümmern jetzt am Strand, ne? Machst du alleine. Jetzt mach doch... Ich bin... Also hier probieren wir es jetzt auf jeden Fall mal, dass wir, äh, die Dächer nur von oben machen. In der Hoffnung, dass es da keinen Spalt gibt dann, wenn man es von oben macht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es ist einfach so. Ja? Ich hoffe es ganz stark. So. Weiter geht's. Und ho, ho, ho. La, 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 la. Tee, Kevin, da steht er. Unser Kellner, weißt du? Da steht er, unser Kellner. So. Zack. Nein, nicht runterfallen, Kollege. Hä? Gerade eben die, da ist toll von oben. Und jetzt? Ah. Setz dir wieder den Balk. Also die müssen eh rein, weil wir haben sie drüben auch gemacht, sonst sieht's blöd aus, ne? So, alles klar. Dann noch ein bisschen Holz geholt, Holz geholt, Holz geholt, noch rein bisschen Holz geholt, Holz geholt. So. La, 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 la. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir müssen eh rein machen, sonst sieht's doof aus, weil drüben haben wir's Auge gemacht, ja? Der Symmetrie wegen, Leute. Symmetrie, ganz wichtig. Muss immer sein. Äh, warte mal. Können wir Röder hüpfen? Nein. Oh, doch, können wir sehen. Nice. Sehr schön. Und runter. Und Holz holen. Nee, also wie gesagt, wenn jemand weiß, ja, was das mit diesen merkwürdigen Spalten im Dach auf sich hat, ey, haut's mir bitte in die Kommentare. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Nein, das war falsch. Aber so, wir sind eh fast drüben, ne? Okay, hat der ja noch. Und dann, oh, scheiße, aber da haben jetzt schon Boden drin, ne? Können wir den hin, wenn wir springen? Und springen? Und springen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Alter, gibt's doch nicht, oder? Dach setzt da, aber den Querbalken nicht, oder wat? Ist doch ein Scheiß jetzt. Das ist doch ein Witz. Oh, mein Auge juckt so. Was ist denn das heute? Manu. Oh, Gott. Dann gehen wir halt um, um. La, la, la. La, la, la. Ach so, aber wir kommen ja nicht mehr rum. Scheiße. Ja, dann müssen wir es halt vom Dachausgleich machen, oder? So, da. Der fehlt auch noch. Sehr schön. Oh, wenn ich diesen Spalt sehe, ich kriege mich auf, ehrlich. So, Leute. Äh, jetzt. Geht's jetzt weiter? Nein, Mann, was machst du denn immer? Junge. Junge. Du jetzt. Da ist auch einer. Alter, das gibt es doch nicht, oder? Die wollen mich doch verarschen. Ey, ich reg mich auf. Ehrlich. Was ist das denn? Ja, gut. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Da müssen wir jetzt durch. Ich versuche, eine Lösung zu finden. Aber, wie gesagt, ey, sonst machen wir eine ganze Folge irgendwie nur auf der Suche nach dem, ja, nach dem Fehler. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Echt? Und ihr glaubt auch nicht, oder? Och, komm, jetzt steigt mir doch irgendwo hin. Weißt du? Das ist doch nicht wahr. So, nochmal. Hab ich gesagt, komm, dann machen wir es halt jetzt von innen. Ne, wenn es scheinbar eh nichts bringt, das Ganze von oben zu machen, wegen dem Spalt. Dann können wir auch die unteren von innen setzen. Ja, komfortabler, bequemer, kommen wir besser hin. Weißt du? So. Aber, äh, ja. Weil es ist scheinbar völlig egal, wie man die Dinger da reinlegt. Ne? Wenn man Pech hat, hat man mal diesen dummen Spalt. Das nervt mich ein bisschen, ehrlich. So, wenn ich... Ich will es nicht sehen. Ich will gar nicht hingucken, ehrlich jetzt. Ich will überhaupt nicht hingucken, Leute. Du, komm, komm mal hier. Zack. Und zack. Ey. Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Nee, kann man nicht. So. Zack, zack. Sehr schön. Nice, nice. So. La, 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 la. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ab nach oben wieder. So. Ja, nice, Leute. Nice, nice, nice. Das läuft. Läuft gut. So. Sehr schön. Ich hoffe nur nicht, dass wir noch mehr von den blöden... Ja, von den blöden Spalten... Das geht mir auf den Keks. Spalten. 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 Mein Gott, wie ich doof. La, 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 la. Das geht mir so auf den Nerv, Leute. So, sehr schön. Ähm. Da ist wieder einer. Alter, das gibt es nicht. Ehrlich jetzt. Ich raste aus. Hä? Wat? Warte mal kurz. Konnte man jetzt hier wirklich noch eins reinmachen gerade? Sekunde. Das... Äh? W-w-wat? Moment mal. Ich erinnere mich gerade dunkel. Irgendjemand hat es, glaube ich, sogar mal geschrieben. Du musst mal gucken. Da gibt es noch einen weißen Pfeil. Oder sowas. Aber das ist doch viel zu schmal für so ein Ding. Das ist doch total unrealistisch, Leute. Boah. Jetzt mal ehrlich, oder? Ey, das ist doch mega unrealistisch. Jetzt mal echt. Wartet mal. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht... Tatsächlich. Stimmt. Irgendjemand hat es geschrieben gehabt von euch, Leute. Ich weiß nicht mehr, wer. Es tut mir leid. Aber Dankeschön. Und Entschuldigung, dass ich dich komplett ignoriert habe. Ja? Aber ich hatte es einfach schon wieder vergessen, weißt du? Dass ihr das geschrieben... Manchmal ist es so. Manchmal ist es schlimm. Manchmal muss man mich oft erinnern, Leute. Ja? Wirklich? Ja, so ein Kack. Ja gut, aber dann kriegen wir jetzt die Balken... Dann kriegen wir jetzt die Spalten zu. Das finde ich super. Warte mal kurz. Sehr schön. Uäh. Hallo. Hallo. Ach, das ist der Wagen. Ich denke gerade, was brennt denn da unten? Hö. Das ist ja der Wagen. Ja, top, Leute. Ja, das finde ich ja genial jetzt. Na, 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 na. Und hopp, 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 hopp. Sehr gut. Ja, nice. Sehr nice, Leute. Sehr gut, sehr gut. Achso, da müssen wir auch noch einsetzen jetzt, ne? So, auf die Treppe. Komm, wir gehen mal schlafen. Wie gesagt, wir müssen ja nicht mal alles im Dunklen machen. Wir gehen mal eben eine Runde pennen, oder? La, 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 la. Sehr schön. Einmal schlaf, ich schlaf. Jetzt. Sehr gut. Und zurück. Ah, Leute, guck, aber es wird doch. Es wird doch. Hallo, Kevin. Na, alles gut? Mann, wir sind so froh, dass wir dich wiederhaben. Kannst du dir gar nicht vorstellen, Kevin. Ja? Du alte Maschine. So, komm, dann nehmen wir die doch mal mit hier, oder? Oh, nicht, dass wir die verschwenden. Vergeuden, verschwenden, das wollen wir ja nicht, oder? Komm, nehmen wir die gleich mal mit hoch. La, 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 la. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und ein Bettchen wäre vielleicht auch mal geschickt hier, oder? Wenn wir hier drüben mal so ein Bett hätten, das wäre vielleicht auch mal toll. So, sehr schön, sehr schön. Nice, nice. So, so, so. Jetzt. Ah, guck. Das ist ja komplett unrealistisch, oder? Die licht ja jetzt doppelt übereinander. Aber besser, aber besser unrealistisch als so ein blöder Spalt. Weißt du? Oh, sehr schön. Nice, nice. So, dann, äh, hier, komm. Machen wir den hier noch. Und den hier noch. Na, machst du jetzt mal ran hier? Ja, machst du jetzt mal? Machst du jetzt mal, Junge? So, sehr schön, nice. La, 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 la. So. Äh, ja, sehr schön. Oh, na, einmal rum. So. Übrigens, heute um 20 Uhr kommt auch die nächste Folge, The Outlast Trials, ja? Also, wer da schon drauf wartet, ja, das kommt, äh, heute, 20 Uhr, kommt auch die nächste Folge, The Outlast Trials. Und, äh, lasst euch mal überraschen, ja? So. Aber war auf jeden Fall gruselig, ja? Und aufregend. Und nervig. Und, ja. Ihr hört die Vogelschläuche auf jeden Fall viel fluchen. Mit Sicherheit. Ja, wie immer halt. Weißt du? So. Aber ich bin eine Kunstfigur, ich darf fluchen. So, weiter. La, 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 la. Sehr schön. Wo geht's lang? Da geht's lang. Sehr gut. So. Hm, hm, hm. So. Und ich denke auch, dass heute dann noch eine Folge von Wild West Dynasty kommt, wo ich wirklich dringend eure Meinung bräuchte. Ob ihr sagt, ey, das wäre vielleicht dann ein würdiger Nachfolger, wenn wir demnächst vielleicht mit Suns of the Forest aufhören. Oh, Mann. Oh, Mann. Hm. So. Und zack. Und schön. Und jetzt müssen wir ja wieder hier, guck. Ah. Ja, Gott sei Dank. Da hätte man aber auch von allein, aber da denkst du ja nicht dran. Weißt du? Guck mal, das ist so ein schmaler Spalt, da denkst du ja nicht dran. Ey, da kannst du ja noch ein Brett reinlegen, oder? Auf gar keinen Fall denkst du das, Leute. Also, also ich nicht. Ja. Deswegen bin ich da selbst gar nicht drauf gekommen. Ja. Weil ich echt nicht auf die Idee gekommen wäre, ja, dass man in so einen schmalen Spalt, ja, so ein Brett macht. Weißt du? So, zack. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, sehr schön. So. Na. Na. Und jetzt hier noch. Ja, sehr nice. So. Oh, ist das nicht schön, Leute? Alter, guckt euch mal an wie malerisch, oder? Ich find's der Hammer. Es ist immer noch mega faszinierend, das Game. Wirklich, ja. Es sieht einfach beeindruckend schön aus, ne? Und dadurch, dass wir jetzt halt wieder Winter haben, ne? Ich sag's ja immer wieder, dieser Jahreszeitenwechsel gibt einem halt immer wieder neue und tolle Eindrücke vom Game. Und das find ich super. Also was das angeht, allgemein, Leute, die haben ein geiles Spiel hingelegt, wirklich. Und wie gesagt, wir sind noch im Early Access. Ich bin dann gespannt, wenn wir dann, ja, die zweite Staffel irgendwann spielen. Ähm, was sich bis dahin vielleicht noch verändert hat, ja? Ähm, mega neugierig. Ne? Nochmal da hoch. Also ich find's halt der Hammer. Also, ja. Ich könnte mich da, ich könnte da, ich könnte da echt manchmal Minuten stehen und einfach nur gucken. Es ist wirklich so, ja? Ich könnte manchmal nur Minuten stehen und gucken. So, hopp. Na, 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 na. Jetzt sehen wir das noch, oder? Sehr nice. So, so, komm hier. Und dann, äh, hier müssen wir noch zumachen. Na, oh Gott, eins fehlt noch. Alles da. So, Leute, aber ich würde sagen, weiter geht's dann in der nächsten, äh, in der nächsten Folge. Ja, und nicht vergessen, heute 20 Uhr, Outlast Trials. Und, äh, ja, irgendwann kommt auch noch Wild West Dynasty. Ich weiß noch nicht wann. Mal gucken. Ja, müssen wir schauen. So, ja, dann, äh, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Dabeisein. Lasst gern ein Abo und Like da. Würde mich sehr glücklich machen. Und haut mir immer gern was in die Kommentare, Leute. Auch das, äh, da freu ich mich mega drüber. Und normalerweise gibt's auch eine Antwort. Manchmal dauert's aber ein bisschen. Bitte nicht böse sein, wenn die Antwort manchmal zwei Tage auf sich dauern lässt. Weil, äh, ja, ich hab ja auch noch andere Sachen zu tun, ja? So, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, tschüss.